Hallo zusammen, mein Musikantenfreund André Schorner hat gestern ein Soundpaket für den Nigelnagel 9 Genos 2 von Yamaha vorgestellt. Er hat in dieser kleinen Demonstration einen Song von Gilbert O'Sullivan interpretiert Alone Again, natürlich mit dem vollen Programm des Genos 2 und da stellt sich mir natürlich die Frage, kann man das auch mit einem kleinen Korg PA700 spielen? Natürlich habe ich nicht die Fülle an Sounds, aber ich versuche einmal mit den Bordmitteln des PA700 diesen Song von Gilbert O'Sullivan zu interpretieren. Allerdings hatte ich die kostenlosen Versi-Sounds in das PA700 eingeladen. Musik 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 Musik